Damit ist er wohl 3 Sekunden schneller als Erling Kiefer in Indenis 1. Das ist für die Festzeit. Erling Kiefer, 65 aufgemacht, in Indenis 2, er ist bereit eingefahren, in Indenis 3, der Wassergrabung. Und Felix Safri, der Schweizer, und Felix in Indenis 5. Die Wassergrabung, die Bestzeit, derzeit bei 45.05, gefahren von Reinerow. Hopp, 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 hopp. Und Ludwig Weinmeier, kurz vor dem Indenis 1.